Marcel Risse und der machte dann das 1 zu 0 in der 48. Spielminute für Peter Stöger und Köln ein besonderer Treffer, der 500. Treffer in der Pokalgeschichte. Der ist entscheidend, beteiligt bei diesem Tor. Er zieht ab 109 Stundenkilometer aus 26,5 Metern Entfernung. Peter Stöger hat ihn, wie gesagt, gerade eingewechselt. Moussa Touré öffnet die Mauer, dadurch ergibt sich die Chance. Keine Abwehrmöglichkeit für Andreas Linksfeld.